Liebling-Essen Mein Lieblings-Essen ist Spaghetti wie Fleischsoße Die Fleischsoße Das ist eine Soße mit kleinen Fleischstöckchen, die ganz weich sind Braun Klein und geringelt Sind klein und geringelte Nudeln Am liebsten mag ich Käse oben drauf Mein Lieblings-Essen ist Von McDonalds und Burger Pommes und Chicken McNuggets Und die scharfe Soße, die es dazu gibt Mein Lieblings-Essen ist Schnitzel mit Kartoffeln Soße und Mischgemüse Das schmeckt mir sehr gut Manchmal esse ich nur Schnitzel mit Ketchup allein Ich esse am liebsten Kartoffelpuffer So braunlich Und am liebsten mag ich Zucker oben drüber Mein Lieblingsgericht ist Sushi gekauft Da gibt es auch so welche Stäbchen Daran lecker ist Das schwarze außen dran Und mit dem Gemüse inne drin Mein Lieblings-Essen ist Chips Ja, Chips Und ich trinke am liebsten da Ja, Fanta Ja, Fanta Ja, Fanta Untertitelung des ZDF, 2020